Oh, ich verspüre Hunger. Hat hier jemand Bock auf einen Döner? Irgendeiner hat Bock auf einen Döner? Ja, du willst lieber was anderes? Dann ist das ein Fall für... Döner-Man! Döner-Man! Ah, Jüxel! Hallo, Döner-Man! Hör mal, eine Kaffee-Siebträger-Maschine, richtig gutes Gerät. Hast du sowas? Ich hab viel, aber was du möchtest, hab ich noch besser. Ja, ist das Beste? Beste. Das Allerbeste? Allerbeste, ganz neue Modell. Nehme ich. Super. Und zurück ins Studio. Wir sehen uns. Danke, danke. Hier, hast du gebraucht? Rechtliche Zubehörer, da kommst du noch. Viel Spaß damit. Aber nicht auf den Kaffee trinken, ne? Döner-Man! Mann, ey!